Hallo, mein Name ist Christoph König. Ich bin Community Manager und Leiter für Vernetzung und Digitalisierung bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität ist ein gemeinnütziger Verein, der größte gemeinnützige Verein von Qualitätsmanagern in Deutschland. Und meine Aufgabe ist es, die vielen Ehrenamtlichen, die wir im Verein haben, zu unterstützen, miteinander zusammenzuarbeiten, an Problemen des Qualitätsmanagements Lösungen zu entwickeln und zwar unterstützt durch moderne Kommunikationstechnologien, sodass nicht nur eine Handvoll Leute sich hin und wieder in Arbeitsgruppen treffen, sondern einfach ganz viele unserer Mitglieder in eine große Community integriert sind und da gemeinsam an Sachen arbeiten. Das mache ich seit fünf Jahren. In meinem Leben davor habe ich an der Technischen Universität Darmstadt im Arbeitsbereich für Bildung und Technik zu Online-Communities geforscht und da promoviert und habe mir da sehr genau angeschaut, was sind die Eigenschaften von Online-Communities, was sind ihre ökonomischen Eigenschaften, was motiviert Leute mitzumachen, wie funktionieren Lernprozesse, Konfliktprozesse, wie funktioniert die Technologie dahinter und das dann in ein bildungstheoretisches Modell übertragen, was heutzutage eher nur noch einige ganz wenige Fachexperten interessiert, aber dieses ganze Verständnis davon, wie funktionieren Online-Communities, das hat mir bisher sehr geholfen und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was dazu erzählen, eben aus dieser Forschungszeit und aus der Erfahrung der letzten fünf Jahre. Wie funktionieren Online-Communities, was für Strukturen haben die? Ja, das mache ich und dazu schalte ich das Bild ab und mache das anhand einer dynamischen Präsentation. Dieser Vortrag ist betitelt Dynamik und Ökonomie von offenen Online-Communities und da sind vielleicht zwei Worte drin, die Sie nicht erwartet haben. Das erste ist Ökonomie und das andere ist offen. Beides sind Dinge, von denen Sie wissen sollten. Die Ökonomie ist ganz wichtig, um überhaupt zu verstehen, wie Online-Communities funktionieren und das mit den offenen betrifft manche Communities, die offen sind und andere nicht und den Unterschied zu kennen, ist eine sehr hilfreiche Sache. Ich habe Ihnen mal ein Bild von einer Online-Community mitgebracht. Klar, das ist jetzt total vereinfacht. In Wirklichkeit ist eine echte Online-Community viel, 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 viel größer. Aber man erkennt hieran, dass viele Menschen und viele Artefakte, sage ich jetzt mal, miteinander vernetzt sind auf eine bestimmte Art und Weise und die arbeiten zusammen zu irgendwas, zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem Problem, zu irgendwas, was sie haben. Und das Wichtigste ist, die stellen irgendetwas her. Das ist Produktion, wirklich, im wirklichen gesellschaftlich bedeutsamen Sinne. Und was genau die produzieren, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann ein Open-Source-Projekt sein, das Firefox, den Browser, den sie vielleicht benutzen, herstellt. Das kann ein Forum zu World of Warcraft-Taktiken sein, das kann ein kleines privates Freundesnetzwerk auf Facebook sein, das ist ziemlich egal. Aber irgendeine Form von Information und Bedeutung stellen die her. Und das, was die herstellen, unterscheidet sich sehr von dem, was sonst so unter Produktion verstanden wird. Und dieser Unterschied ist wichtig zu verstehen. Deshalb jetzt ein klein bisschen was zu den ökonomischen Grundlagen. Was stellen Online-Communities her und was nicht? Ich möchte mich anhand von drei Schritten daran entlanghangeln. Was produzieren die, wie produzieren die und womit produzieren die? Und die gehe ich verschieden detailliert durch. Das erste ist, was produzieren Online-Communities? Online-Communities produzieren Informationsgüter und keine materiellen Güter. Also zum Beispiel, die produzieren keine Äpfel und keine physischen Autos. Immaterielle Güter können sein Software-Code, können sein Texte, können sein Videos, Bilder, können aber auch Bedeutung im Sinne von einem Markenverständnis sein. Also, dem einer Bedeutung, die einer Marke zugewiesen wird. Als Beispiel, um den Unterschied klar zu kriegen, sage ich immer, ein immaterielles Gut, das ist sowas wie der Satz des Pythagoras und ein materielles Gut, das ist sowas wie ein Apfel. Und die haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Ein immaterielles Gut benutzen sie in der Regel, indem sie es weiterentwickeln, indem sie es anpassen und irgendwo einsetzen. Zum Beispiel aus dem Konzept vom rechten Winkel, das Konzept vom rechtwinkligen Dreieck und daraus dann irgendwie den Satz des Pythagoras entwickeln. Ein materielles Gut benutzen sie in der Regel, indem sie irgendwas daran verbrauchen. Im Fall vom Apfel essen sie ihn auf. Und das ist ganz wichtig, weil, wenn der Apfel verbraucht ist, dann ist er weg. Das nennen die Ökonomen Rivalität und Non-Rivalität. Also, sie können einen Apfel teilen, dann haben sie zwei halbe Äpfel oder einer isst den Apfel, dann kann der andere den nicht mehr essen. Das ist bei immateriellen Gütern wie dem Satz des Pythagoras nicht so. Sie können den so vielen Leuten beibringen, wie sie wollen. Der wird davon nicht weniger. Der wird sogar davon mehr. Weil in dem Moment, wo es Allgemeinwissen ist und jeder das weiß und man sich nur noch darauf beziehen kann und nicht mehr jemanden erklären muss, wie denn damals dieser Satz des Pythagoras hergeleitet wurde, ist er sogar mehr wert als vorher. Und wir sind aber gewohnt, solche ökonomischen Kreisläufe auch mit immateriellen Gütern zu haben. Die kommen aber von materiellen Gütern. Wenn jemand eine Kuh hat, dann verkauft er die Kuh an den Schlachter und der Schlachter schlachtet die und der verkauft die Rinderhälfte und da macht jemand ein Steak draus und am Ende landet das bei ihnen auf dem Tisch. Und immer hat jemand für etwas bezahlt, was der andere dann nicht mehr hat. Und das Gleiche kennen wir auch bei Texten, bei Filmen und so weiter. Wir sind gewohnt, dafür zu bezahlen, weil in den letzten 200 Jahren immaterielle Güter immer auf materielle Medien mussten. Auf Schallplatten, auf Bücher, auf Zeitungen und die gibt man jemandem und wenn man sie dem gibt, hat man sie dann nicht mehr. Das ist aber eigentlich gar nicht notwendig, weil immaterielle Güter, ja, weil sie immateriell sind, beliebig reproduzierbar sind, solange man in immateriellen Medien bleibt. Und digitale Medien erlauben das, etwas einfach frei zu verbreiten und dann ist man auch nicht mehr an diesen ökonomischen Ablauf gebunden, von wegen ich gebe dir das und dann habe ich es nicht mehr und dafür musst du mir Geld geben. Soviel zu dem Unterschied, was Online-Communities herstellen. Und das macht auch, dass die ganz anders arbeiten können. Von materiellen Gütern kennen wir industrielle Produktion, das ist die effizienteste Art und Weise, materielle Güter zu produzieren. Und was wir nicht so gut kennen, was sich aber im Internet schon sehr weit verbreitet hat, ist die vernetzte Produktion oder ich sage Peer-Produktion, weil User für User, für ihre Peers selber produzieren, die in Online-Communities man findet. Wir sind auch hier im Bereich von digitalen Gütern, Filmen, Texten, Nachrichten, die industrielle Produktion gewohnt. Die Unterschiede sind relativ einfach. Im Moment, wenn Sie irgendetwas Virtuelles herstellen wollen, dann reicht Ihnen ein moderner PC und ein Internetanschluss. Das sind die Produktionsmittel. Wenn Sie aber Autos herstellen wollen oder eben auch Bücher oder Fernsehsendungen oder Kinofilme, dann müssen Sie unglaublich investieren in Maschinen, damit Sie die produzieren können. Das gleiche gilt für die Verteilung. Alle klassischen Medien haben ein zentralistisches Verteilungssystem, egal ob das Fernsehsender oder Radiosender oder Zeitung oder Verlage oder die Kinos sind. Es gibt immer einen Verteiler, der eine sehr teure Infrastruktur hat und dann ist an den Enden, das ist Hub & Spoke, Nabe und, wie heißen die Dinger? Achsen? Ne, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht an. Speiche, genau. Nabe und Speiche. An den Enden sind relativ günstige Geräte. Mittlerweile gibt es aber vernetzte Methoden, Daten zu speichern und zu verteilen, die viel, viel, viel effizienter sind. Peer-to-Peer-Netzwerke, Cloud-Computing gehören dazu, sodass das nicht mehr notwendig ist, diese Investition in ganz teure Infrastruktur zu machen. Und nicht zuletzt, wenn Sie so ein materielles Guthaben wie ein Apfel, ein Auto, ein Turnschuh, dann haben Sie ein relativ einfaches Produzenten-Konsumenten-Verhältnis. Die Konsumenten sind Kunden, die kaufen das Ding, die bezahlen dafür und dann machen die was damit. Und dann ist auch erstmal gut. Wohingegen bei den immateriellen Gütern, weil die ja immer weiterentwickelt werden, sich sehr viel komplexere Dynamiken entwickeln. Zum Beispiel ein Cloud-Anbieter stellt etwas her, was eigentlich ein Werkzeug ist und das gibt ja Leute und Leute bezahlen dafür, dass sie dieses Werkzeug nutzen können. Aber was sie mit dem Werkzeug machen, das erfinden die Leute selber. Und die Ideen, was man damit machen kann, was man damit noch machen könnte, die geben die zurück an den Cloud-Anbieter, der das wieder umsetzt. Und dadurch entsteht ein ganz anderes Verhältnis. Und es gibt diesen Spruch von Prosumenten, das ist die Mischung von Produzent und Konsument. Ich spreche viel lieber vom User. Das ist derjenige, der das benutzt und aktiv weiterentwickelt. Das ist also die Art und Weise, wie in Online-Communities Sachen hergestellt werden und was sind, wie gesagt, virtuelle Sachen. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz in einen Aspekt reingehen, nämlich womit stellen diese Online-Communities das her. Und da unterscheide ich zwischen eigentumsbasierter und Almenda-basierter Produktion. So, das ist jetzt ein bisschen Fachbegriff, aber es ist eigentlich ganz einfach. Eigentum, das ist wie, das ist mein Apfel und wenn du ihn haben willst, musst du mir was dafür bezahlen. Und Almenda ist, das kommt von der Weidehaltung, Almenda ist die Dorfweide, die allen gehört, auf denen alle weiden können. Und es gibt dafür Rechtsmodelle und das bekannteste Eigentumsrechtsmodell für digitale oder virtuelle Güter ist das Copyright. Das ist Urheberrecht im deutschen Sinne. Das heißt, dieser Text gehört oder dieses Werk gehört mir und du musst Rechte kaufen, wenn du es benutzen willst. Und das Gegenteil davon nennt sich Copy Left und das sagt eben, nee, dieser Text, dieses Werk, den gebe ich an die Allgemeinheit, damit die das weiterentwickeln kann, wie sie will und auch weiter verbreiten kann, wie sie will, wie es ja mit digitalen Gütern möglich ist. Da gibt es noch viele andere Modelle. Creative Commons ist eine ganz spannende Organisation, die verschiedene Modelle entwickelt hat, unter wer es für Lizenzen man verschiedene Sachen rausgeben kann. Zum Beispiel Musiker können sagen, wenn du Sachen aus meinem Lied samplen willst, dann darfst du das machen, solange du sagst, von wem du das hast. Oder eben ganz bekannt sind die Open Source Modelle von Software, wo man sagt, diese Software kann von jedem weiterentwickelt werden unter ganz bestimmten Bedingungen. Also Copy Left ist sozusagen das extremste Gegenmodell zum Copyright. Warum ist das wichtig? Wenn Sie ein Informationsgut herstellen, irgendwas, dann nehmen Sie immer schon was Existiendes. Ich habe das jetzt mal so ganz abstrakt dargestellt durch diese Striche. Und die Frage ist immer, was kostet für den Produzenten, was kostet es mich? Etwas zu nehmen und darauf aufzubauen und was kriege ich dafür, wenn ich das an jemand anders gebe? Und der eigentumsbasierte Mechanismus sagt, wenn Sie der hier in der Mitte sind, dann müssen Sie für irgendetwas, worauf Ihr Produkt basiert, etwas bezahlen. Also wenn Sie ein Lied machen, ein Lied komponieren und die Noten hat jemand anders geschrieben, dann müssen Sie dafür bezahlen und müssen diese Noten kaufen. Dann dürfen Sie, haben Sie damit auch das Recht erworben, dieses Lied zu performen. Zum Beispiel. Wenn Sie dieses Lied performen, können Sie Leute dafür bezahlen lassen, zuzuhören. Und Sie können auch regeln, was dürfen die Leute denn damit machen. Zum Beispiel dürfen die im Konzertsaal Aufnahmen von ihrer Performance machen oder nicht. Das Copy-Left-Modell funktioniert genau andersrum. Das sagt, naja, für digitale Güter, die kann man ja ohne großen Aufwand kopieren, im Sinne von vervielfältigen. Also legen wir fest, dass jeder diese Dinge einfach nehmen und weiterentwickeln kann. Das heißt, dieser Produzent in der Mitte muss nichts dafür bezahlen, dass er, sage ich mal, irgendwelche Musikstücke nimmt und sampelt. Er kann die einfach nehmen. Aber wenn er das ins Internet stellt, muss er, das sagt jetzt das Copy-Left, auch anderen Leuten das Recht einräumen, sein Stück wiederzunehmen und wiederzuzampeln. Dadurch entsteht eine komplett offene, durchgängige Innovationsdynamik, bei der der Einzelne, der etwas weiterentwickelt, auf der einen Seite nicht nachfragen, um Erlaubnis bitten und vielleicht bezahlen muss, um sich etwas zu nehmen, was er weiterentwickelt, aber andersrum auch nicht mehr das Recht hat, andere zur Kasse zu bitten, wenn sie Dinge, die er erarbeitet hat, nutzen wollen. Das ist ein anderes Geschäftsmodell letztendlich dahinter. Das eine ist nicht besser als das andere, aber es gibt einen Spruch, der wird Isaac Newton zugeschrieben. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Und es gibt eine Menge Untersuchungen, die zumindest den Verdacht sehr, sehr nahe treten lassen, dass die Innovationsdynamik bei offenen Modellen schneller ist, weil die Leute eben sich, ohne nachzufragen, ohne dafür zu bezahlen, auf die Schultern von anderen stellen können und daraus eigene Sachen entwickeln können. So, das war jetzt ganz viel Hintergrundtheorie. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich habe Ihnen das erzählt, weil das in meinen Augen die allerwichtigste Eigenschaft von Online-Communities ist. Sie ist auch die unsichtbarste und am schwersten zu erkennende. Deshalb habe ich mich da vielleicht ein bisschen länger mit auseinandergesetzt. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass Online-Communities nicht einfach nur Leute sind, die sich nicht irgendwie online miteinander unterhalten und das ist schön und gut, sondern das sind Organisationsformen, die digitale Güter von gesellschaftlicher Bedeutung herstellen. Und das ist egal, ob das Wikipedia ist, das eine global zugängliche Enzyklopädie herstellt, ob das sowas wie Twitter ist, was zum Beispiel im Rahmen des Arabischen Frühlings eine ganz, ganz große Bedeutung hatte und tatsächlich wirklich politische Bewegungen unterstützt hat, oder ob das das Betriebssystem ist, das auf Ihrem Smartphone läuft. Weil, wenn das Android ist, dann ist das ein Beispiel für allmende-basierte Produktion nach Copyleft. Android basiert auf Linux und Linux ist ein Betriebssystem, das vor einer ganzen Weile mal im Wesentlichen Informatikstudenten vor sich hin gebastelt haben. Linus Torvalds ist der bekannteste davon. Das Ganze ist in eine riesen Industrie geworden und große Firmen investieren sehr viel Geld, um dieses Betriebssystem weiterzuentwickeln. Und irgendwann hat Google gesagt, hey, wir brauchen ein Betriebssystem, das auf Smartphones funktioniert und hat sich Linux genommen und hat auf der Basis von Linux ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Copyleft, das durften sie. Und das ist Android. Und die Hersteller von Smartphones können sich dieses Android nehmen und sagen, ja, aber ich bin Samsung und ich will, dass meine Smartphones ein bisschen anders aussehen. Deshalb nehme ich dieses, darf er, Copyleft, und mache mein etwas Angepasstes daraus. Und wenn Sie ein altes Smartphone haben und Samsung sagt, nö, ich habe keine Lust mehr, Updates herzustellen, dann finden Sie wahrscheinlich irgendwo eine Community im Internet, die die letzte Version von Samsung genommen hat und überarbeitet hat und eine neuere Version von Android drauf spielt. Dürfen Sie, weil Copyleft. Und wenn Sie sich mit den etwas komplizierten Anweisungen auseinandersetzen, kriegen Sie es vielleicht hin, eine neue Version von Android auf Ihr Smartphone drauf zu installieren. Das ist eine ganz andere Welt, als wenn Sie ein Apple-Smartphone haben, was komplett auf der Basis der eigentumsbasierten digitalen Güter funktioniert. Alles gehört Apple, alles ist das Internet unter der Kontrolle dieses einen Konzerns. Dafür sieht es auch sehr viel schicker aus, es ist sehr viel einfacher, Updates zu bekommen, es ist auch sehr viel teurer. Das sind zwei verschiedene Welten, die nach vollständig unterschiedlichen Dynamiken funktionieren. Beide haben einen App-Store und da ist es dann wieder ähnlich, aber das ist mal so ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Sie sich noch mehr, als ich Ihnen das alles jetzt schon erzählt habe, damit auseinandersetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen ein sehr, sehr gutes, bisschen dickes, aber wirklich sehr gutes Buch. Das ist von Jochai Bengler, The Wealth of Networks. Es gibt bestimmt irgendwo Links da unten, wo Sie sich das angucken können. So, weil das jetzt schon ein bisschen länger gedauert ist, mache ich eine kleine Pause und erzähle den Rest von Online-Communities in den zweiten Videos. Dann können Sie jetzt, weiß ich nicht, kurz um die Ecke. Bis gleich.